Prinz ist wichtig, ein Format zu haben, wo junge Leute wieder Interesse haben, sich mit Politik zu beschäftigen und ihre Stimmen anzugeben. Philipp, voll schön, dass wir da sein dürfen. Schön, dass ich einen da her verirrt habe. Verirrt? Ins schöne Brixen. Aber es wohnt ja auch ein schöner Ort von seinem Herrn. Nehmt sich das nicht so viel. Ja, ich glaube, überall Südtirol ist das nicht so schlecht. Das stimmt. Wir haben ein großes Glück, dass wir da leben. Philipp, wir sind jetzt da bei deinem Hof, aber man kennt dich als Frontsänger von Freiwild, als Producer. Wie schaut ein Alltag aus? Der muss ja viele Stunden haben. Mein Alltag hat eigentlich sehr viel Zeit für mich und die Familie. Und ich kann das auch ganz kurz erklären, warum das so ist und wie das funktioniert. Weil die meisten Leute denken, wie in Gottes Namen, kriege ich das alles unter Anhort. Ich bin, wie gesagt, um halb sechs stehe ich auf, mache eine halbe Stunde Dehnübungen und ein bisschen Liegestützen. Dann gehe ich eine Dreiviertelstunde laufen, jeden Tag. Und dann kommen wir mit mir aufs Frühstück. Und am Punkt sieben werde ich mit der Familie gefrühstückt. Und dann nehme ich mir Zeit bis 8 Uhr, wo ich wirklich nichts tue, weil die Kinder dann auch in die Schule gehen. Und mir soll eine Seite mit meiner Frau inseratschen. Und von 8 Uhr bis 1 Uhr bin ich entweder für den Hof in Beschäftigung oder im Studio. Nachher würde ich sagen, 20 Minuten essen und um drei stehe ich wieder auf. Weil ich Mittagsschlafen mache. Sehr wichtig. Ich bin auch Power-Napper. Ja, bei mir ist es eigentlich auch Power-Napper. Ich schaue eigentlich halb mit gleichen tepperten Serien. Entweder King of Queens oder halb Men. Irgendwas leichtes, ein bisschen zu schlafen. Um drei stehe ich dann auf. Und dann, je nachdem, was ich am Vormittag getan habe, gehe ich sehr oft mit dem Hund. Oft einmal eineinhalb, zwei Stunden. Mit dem Kopfhörer habe ich ein Hörbuch. Oder mache die ganzen Telefonanrufe, wo ich zurückrufe. Ich rufe den Vormittag auf dem Traktor. Dann brauche ich nicht telefonieren. Dann höre ich nichts. Und dann auch nicht den Nerv dazu. Ich rufe die Leute dann zurück. Und gegen 6 Uhr auf Nacht tue ich eigentlich nichts mehr. Außer ein Feuer und ein Bier trinken mit Kollegen. Fast allem. Jetzt das Wochenende war ich heftig. Deswegen trinke ich eigentlich nichts und so. Und vor allen Dingen, es ist von 15. Mai bis 15. Oktober wirklich mein Tagesablauf. Weil die Kühe nicht da sind. Die Kühe sind alle auf der Nähe des Stausser. Ah, okay. Und im Winter ändert sich eigentlich auch nicht so viel, weil bei mir die Kinder auf Nacht in den Stall machen. Und das tun sie gar nicht immer so gern. Okay. Du auch gelernt oder verloren können? Natürlich nicht verloren können. Okay. Aber es war mir und meiner Frau wichtig, dass meine Kinder da in den ganzen Alltag integriert werden. Und mittlerweile klappt das wunderbar. Und ich bin total happy und dankbar, dass wir da als Familie das gemeinsam machen. Und was den Winter betrifft, gehe ich in den Frieden in den Stall. Also praktisch stehe ich um halbe sechs Jahre und gehe in den Stall. Und dann nehme ich mir richtig gemütlich Zeit, weil ich hätte eigentlich noch eine halbe Stunde fertig. Brauchen tue ich über eine Stunde. Aber ich habe meine Kaffeemaschine in den Hofloden daneben. Und dann komme ich eigentlich schon der erste Kollege jeden Tag. Und wir haben da ein bisschen so einen Tick. Wir hören uns fast jeden Tag in der Früh und erzählen uns in Neuigkeiten. Da sind es Frauen sogar sogar sagen, wir sind nicht so wie die Waschweiber. Aber der Tag habe ich eigentlich mit der Telefonate und dann hast du schon gehört von meiner Seite. Oder er, Philipp, hast du schon gehört? Bringst du noch Sachen? Um alles. Um alles. Es geht um alles. Wer hat ein Batsch gehabt gestern? Wer hat ein neues Auto bestellt? Wen haben sie einen Führerschein genommen? Wer hat mit dem etwas gehabt? Oder wer hat sich getrennt? Hast du gehört, dass der Politiker XY jetzt in anderen eventuell ersetzt und solche Sachen halt? Klatsch und Tratsch. Klatsch und Tratsch. Ja, cool. Das ist ein schönes Morgenritual. Ja, das ist ein Kollege, der trotzdem seit der Volksschule ist. Wir sind Kollegen gewesen. Wir haben im Übrigen alle meine Kollegen, mit denen ich die meiste Zeit verbringe, sind eigentlich alle auf der Volksschule ein Haufen. Viele wissen das für die, weil wenn man eine Sache gibt, wenn man zum Beispiel beim Alpenflair hinkommt, und dann sieht man extrem viele Leute. Dann sieht man Leute, die sich freiwillig eingetätowiert haben. Es sind 14 Alben in den Top 100 Charts drinnen. Hälschafter Michael Jackson, wenn wir richtig nachgelassen haben. Wir haben es alle mal errichtet und wir haben den Michael Jackson Rekord gebrochen. Gebrochen. Ich möchte aber auch dazu sagen, das möchte ich schon ganz klar stellen. Wir haben uns entschieden, eine LP-Edition zu machen, zu jedem unserer Alben, zum 20-Jährigen. Und es war nicht so schwer auszurechnen, dass die natürlich einen Mörderumsatz machen. 50 Euro seien für die Chartwertung zugelassen gewesen. Okay. Und natürlich, wenn du heute schon LBs verkaufst, es hat allem 1.000 gegeben, dann seien es 50.000 Euro Umsatz. Und mit 50.000 Euro Umsatz pro Album bist du natürlich mit jedem Album drinnen. und es ist halt cool zu sagen, man hat den Rekord gebrochen, aber es war nicht so schwierig. Okay. Jawohl. Aber trotzdem sind das Erfolge, sondern ich weiß das jetzt nicht so genau. Wahrscheinlich du und der Max in der Mixtral, es wisst mehr, was es da geht. Aber wenn man mit dir redet, aber auch wenn man etwas Lachen gibt in der Medienlandschaft. Du wirst schon einmal sehr bodenständig wiedergeben. Und woher kommt das? Wo ist das die Räume geblieben? Oder jetzt, wenn du sagst mit Andi dein morgendliches Telefonat. Oder wenn man sieht, wie bei Alpen vielleicht auch die Vereine mitleben dürfen. Also du bist schon einmal der, wo es schaut, dass alle etwas davon haben. Du bist aber trotzdem einer der bekanntesten Musiker Südtirols und auch des deutschen Sprachraumes. Bodenständigkeit wird, denke ich, in der Kindheit anerzogen. Ich denke, es kommt auch darauf an, was einem die Großeltern und die Eltern letzten Endes auch der ganze Freundeskreis mitgeben. Ich glaube, man erfährt relativ früher schon als Kind. hat es bei uns geheißen, in der Endeffekt kochen wir alle mit Wasser. Das Zweite ist das, meine Eltern kommen eigentlich beide aus der Landwirtschaft und haben, meine Mutter hat eine Lehrerin gemacht, mein Vater ist Geometa, aber die sind tatsächlich eigentlich sehr, sehr bodenständig aufgewachsen und haben uns Kinder eigentlich allem vermittelt, dass er mit jedem Menschen gleich umzugehen hat und nicht der eine besser behandelt wird als der andere. Ich denke, ein großes Thema ist natürlich auch die Sympathie grundsätzlich für das Handwerk, weil ich habe mich mit 14 noch nicht gewählt gegen meine Mutter. Die Sympathie hat nicht gewählt, dass ich Zimmerer wäre. Der Vater hat ihm gesagt, der hat ja gewählt, weil er schon fünf Jahre alt war. Oder noch jünger, hat er allen gesagt, er wäre Zimmerer. Ich habe sie allen gewählt. Und mit 14 hat meine Mutter wirklich mich bekniet. Ich wollte sagen, sie hat mich gezwungen, zu sagen, also ihre Aussage war, bei uns hat jeder die Matura, soll ich das Mindeste, weil sie verhungerst. Das war die Aussage. Okay. Dann hat man mir hineingelegt, machte ich eine Metterschule und mit den Argumenten, da kannst du das Büro für ein Foto übernehmen. Dann hast du alles warm. Dann kommen die Ahrenschinden draussen in der Kälte und natürlich die Matura. Dann kannst du auch ein ganz großes Ding beim Land arbeiten. Also das ist natürlich das Ultimative, was man in Leben erreichen kann. Da hast du mir viel gegeben, seit es der Mutter Landesung gestellt hat. Weil natürlich alles in trockenen Tüchern liegt. Und ich habe in Bozen die Geometterschule gemacht, und das war wirklich das schlimmste Jahr meines Lebens. Ich habe sie gehasst, die Schule, bis auf Technisch Zeichnen, Deutsch, wo ich wirklich auch nass war. Und das habe ich erst gestern gefragt von einem Lehrertreffen, wo meine Mutter eingeladen war. Und die hat gestern, genau gestern, mit meiner Geometterschule Deutschlehrerin geredet. Und die hat gesagt, dass sie wirklich brutal gut war und scheinig gewesen zu sein. Und dann hat es noch ein paar andere Sachen gegeben, die mich interessiert haben, die ich aber wirklich mit dem Zimmererhandwerk zitieren gehabt habe. Also sprich Statikberechnung, so gewisse Sachen. Das hat mich interessiert, aber alles andere hat mir einfach nicht gefallen. Und wenn man dann später mit den Handwerkern aufwächst, dann lernt man sehr, sehr oft Leute kennen auf der Baustelle, die sich als ein bisschen wichtiger fühlen. Und es gibt nichts Schlimmeres, und da sind wir jetzt wieder bei der Geometter, die denken, ich kann um fünf nach zwölf auf die Baustelle kommen, weil wir haben ja nie das Büro zu und die Handwerker werden wohl warten. Und da nimmt man tatsächlich so ein Gefühl mit, als ob seine Zeit wichtiger, seine Mittagszeit wichtiger war als wir, als wir von sieben Uhr früh bis um zwölf Uhr Bretter getragen haben und so weiter. Und ich denke, dass das ganze Umfeld von mir durchwachsen ist, zwischen Leuten, die akademischen Wegen gegangen sind und auch natürlich Handwerker oder Landwirte sind. Aber ich glaube, es ist der Respekt vor jedem Menschen, mit dem Zimmer einfach umzugehen, wie man es auch selber für sich gern hätte. Das denke ich, ist Bodenständigkeit. Dankbarkeit und Respekt ist für dich etwas vom Wichtigsten. Dankbarkeit, Respekt, ich denke auch die Art des Tamres, der Stimme, wie Leute mit dir umgehen. Ich denke, dass Wertschätzung natürlich auch für das jeweilige Tun wichtig ist, weil es gibt tatsächlich für mich, egal ob das jetzt beim Alpenflair ist oder ob das auf Tour ist, kein Glied der ganzen Kette, wo ich sagen würde, auf das ist zu verzichten. Das hängt alles irgendwie so zusammen. Das versteht man oft einmal gar nicht so, wenn man nicht darüber nachdenkt. Aber viele Leute scheinen das wirklich vergessen zu haben und sagen nicht einmal Guten Morgen. Das ist alles wie ein Uhrwerk. Jetzt ist ein Zahnradl, gib etwas. Und wenn man grüßt und Vertrauen ausspricht, dann ist es wie das Öl, dass man alles zusammen wie ein Schmierbund fällt. Denke ich auch. Das ist schon wichtig. Ja, Philipp, nächste Woche, geht's los? Kommt deine Biographie? Die kommt im 10. Genau. Im 10. Im 10. Im 10. Nächste Woche. In die Linke. Ja, nächste Woche. Und dann werde ich eine riesige Freude haben und ein riesiges Gewicht, das von meiner Schulter fällt. Weil das war für mich wirklich ein Kraftakt, das zu schreiben. und ich habe, das ist mir auch eine Dankbarkeit, ich habe natürlich auch Leute um mich herum gehabt, die mich enorm gut geguidet haben. Ich traue mir nämlich nicht zu, oder vorher habe ich mir sowieso nicht zugetraut, eine gute Autobiografie zu schreiben. Ich denke, dass wenn man über sich selber schreibt, gewisse Dinge vielleicht absichtlich probiert wegzulassen, klaren zu reden und so weiter und gewisse Dinge auch vielleicht anders wohnen wie das ganze Umfeld. Und deswegen war das eigentlich so ein permanentes Ping-Pong-Spiel zwischen Dr. Stefan Krausen, Universitätsprofessor und Historiker, zwischen Karoline Kuhn, einer vorherigen Autobiografie-Schreiberin, die wir auf gut Deutsch gesagt haben, mich permanent gefordert haben, Fragen gestellt haben. Dann wiederum natürlich waren es die Gespräche mit Freunden, wo ich gesagt habe, sage ich mal, siege ich das noch richtig, habe ich das richtig angespeichert. Ich meine, wir sind jetzt auch schon ein paar Jahre auf der Welt und dann waren Gespräche mit den Eltern, mit den Geschwistern, mit den Verwandten und das alles zusammen. Das hat natürlich viel Zeit gekostet. Aber insbesondere hat es teilweise Seelenkarten von unten wieder nach oben gelegt, wo du ja gedacht hast, jetzt fällt mir das wieder ein. Das ist ganz spannend gewesen. Und natürlich eine kleine Geschichte zu dem Thema. Ich habe, glaube ich, 50 Tage hintereinander zu meiner Frau und da früher gesagt, Heinz, schreibe ich es fertig. Und es war nie fertig. Bis man meine Frau verboten hat zu sagen, sagt nie mehr den Satz, sie schreibe es, Heinz, fertig, sie da trage ich es nicht mehr. Und irgendwann war es dann fertig. Und dann ist es mit dem Hörbuch weitergegangen, dann ist es um das Layout gegangen, dann ist es natürlich die schwierige Suche gewesen, in meinem Fall war es ja echt schwierig, einen passenden Verlog zu finden. Wieso in deinem Fall? Weil viele, viele Menschen sagen, mir tat es total reizen, das Buch zu veröffentlichen, weil ich garantiert auch gewisse Stückzahlen verkaufen werde. Aber wir haben in unserem Verlog gewisse Autoren, die sicher ein Problem hätten, wenn wir deinen Buch bei uns veröffentlichen würden. Und das hat mir sehr viele Tieren zugemacht. Wohl gemerkt, sehr oft mit der Entschuldigung, nimm es bitte nicht persönlich. Das war ein super Gespräch und das hat, gefällt mir ein gutes Buch. Aber ganz ehrlich, das ist mir zu heiß. Das ist ein gängiges Absage-Motiv gewesen, wo ich dann irgendwann gesagt habe, nein, weißt du was, wenn es jetzt keiner nimmt, dann ratue ich es selber. Aber es haben, wie in allem im Leben, gehen ein paar Tieren zu, geht ein guter Tier auf und dann war ich bei Kampenwand effektiv in einem sicheren Hofen, die meiner Meinung nach mir ein richtiges Wort gesagt haben. Sie haben gesagt, ein Verlog ist von seinem Ursprung her nicht eine Art Richtertum oder eine Institution, was gut, schlecht, künstlerisch wertvoll nicht ist, sondern ein Verlog im Buchbereich ist ein Postbote. Und dadurch, dass das Wort für mich gefallen ist, ja, das heißt, auf gut Deutsch sage, ich kann ja auch nicht hergehen und sagen, der eine hat mir einen Tegel Hasch geschickt. Da hat er noch nie gehört, dass der Brieftrager deswegen die Schuld gekriegt hat. Wenn, dann hat es da Absender oder Empfänger oder der was bestellt hat, aber da ist nicht der Brieftrager. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und dann habe ich mir die Bücher umgeschaut vor dem Verlag. Und da sind sehr viele von ganz links bis ganz rechts, von jung bis alt, von Rock'n'Roll bis Jazz. Es war für mich einfach die bunte Mischung, die für mich nach Freiheit gerachen hat. Und dann habe ich gesagt, da bin ich gut angekommen. Wie geht es denn hier da mit das, was du früher in der Skinhead-Szene und wirst allem noch für den in irgendeine Schublöte nicht geschmissen? Das ist korrekt. Weil das klingt jetzt auch für Verlagssuche. Das ist korrekt. Wie geht es denn hier mit denen? Weil ich glaube, das wird sicherlich ein Thema gewesen sein, auch in der Autobiografie. Das ist ein Thema, wo ich auch einen ganz großen Lernprozess durchlaufen habe. wo ich draufgekommen bin, dass es eine Art nicht mehr vorhandene Fehler-Verzeih-Kultur gibt. Ich bin als Mensch eigentlich so aufgewachsen, als Kind, gebe euch die Hand und das Thema ist vom Tisch. Oder mache euch das aus, man könnte ewig streiten. Oder könntest du das, was passiert ist, ist passiert und mache ich einen neuen Tag, nutze es anders. So bin ich aufgewachsen. Im politischen Bereich, insbesondere wenn ein Mensch offen und ehrlich zugibt, dass er auf rechten Irrwegen unterwegs war, ob das jetzt ein Jahr her war, ob es zehn Jahre her ist, ob es in meinem Fall 24 Jahre her ist, hat für viele Leute nicht genug Substanz, um den Menschen zu sagen, Alter, ich bin froh, dass du den Weg in die Mitte zurückgefunden hast. Und jetzt mit mahnenden Beispiels, sowohl in Interviews als auch Texten in Unsorgen oder auch mit einem Buch, vorausgehst. Man nutzt Heinze-Torge sehr, sehr gerne den Hebel, um sich besser darstellen zu lassen, indem man per se auf der vermeintlich guten Seite steht und sich überlegen fühlt und statt der verzeihenden oder sich friedenreichenden Hand lieber noch einmal draufschlag, um vermeintlich nicht dem Verdacht zu unterliegen, man könnte das gut finden, was der damals getan hat. Ich möchte jetzt aber auch eine Sache sagen, es gibt auch Ausnahmen. Ich war jetzt vor einer Woche für sieben Tage circa in Deutschland unterwegs, wir haben mit der FAZ geredet, ich habe mit dem Springer im Chefetage, da hätte ich fast gesprochen, wir haben mit großen Zeitungen, mit großen TV-Sendern und mit allem geredet. Ich würde sagen, das erste Feedback ist so gewesen, wie ich es erwartet habe. Die meisten sagen, super spannend, extrem in die Zeit passend, weil eine große Spaltung in der Gesellschaft da ist, wo sehr viel katalogisiert, kategorisiert und in Schubladen unterteilt wird. Nichtsdestotrotz heißt es halt auch, es ist mal dichter zu Hause. Es hat damit zu tun, dass wenn ein Stempel verpasst worden ist, sehr oft einige Redaktionen Leute waren, die den Stempel verpasst haben und man müsste sich davor rechtfertigen. Und man kriegt keine Freundschaft oder keine gute Kollegschaft, indem man den natürlich dann klipp und klar vor Augen haltet und sagt, Alter, da bist du falsch gewesen. Schau dir das Buch um. Es ist also beispielsweise für mich auffallend, einfach für viele Leute zu sagen, das ist mein Urteil über dich, was du jetzt tust, ist mir eigentlich gleich, mein Urteil an mich gefällt und deswegen setze ich mich mit dir gar nicht so richtig auseinander, weil das kostet mir extrem viel Zeit und das heißt auch, Überwindung zuzugeben, dass ich falsch liege. Viele Journalisten haben die Zeit nicht, sich intensiver zu befassen und nutzen Google. Und was in Google steht, ist relativ schnell das, was gut geklickt wird. Als erstes. Und was gut geklickt wird, ist das, worüber Leute sich streiten. Und daraus resultiert, auf gut Deutsch gesagt, eine Art, fast nie mehr gerade rückbarer Ruf, egal ob was drin ist oder nicht. Und da gibt es nicht leider das Thema rechts, ich mache ein Beispiel, Kachelmann. Da geht es darum, egal wenn du fragst, jetzt meine ich nicht gerade erst fünf Jahre alt ist der Mensch, der wird sagen, ist da nicht einmal etwas gewesen mit denen. Freigesprochen. Dann gibt es andere, die haben Sachen gemacht, auch die sein freigesprochen worden. Also das ist eigentlich interessant, dass die in der Demokratie in einem Gesetzbuch festgelegte letzte Instanz ist der Richter und nicht derjenige, der was auf dem Stammtisch oder bei der Gartenparty oder irgendwo in der Woken-Loft-Terrasse von Berlin irgendetwas zur Ohren kriegt, dass der sozusagen deine Vita ändern darf und zwar in eine Art schlechtere, wo du das ganze Leben viel leichter empfangen siehst. Und das, glaube ich, ist in meinem Fall auch passiert. Aber nochmal, ich bin auch ein sehr verzeihender Mensch und ich bin auch sehr, sehr dankbar, wie mein Leben bisher verlaufen ist. Also ich muss sagen, dass alles, was ich mir in meinem Leben erträumt habe, habe ich alles bei weitem erfüllt gekannt. Und ich bin der Letzte, was diesbezüglich jammert. Was ich in meinem Fall mir wünschen würde, ist, dass die Leute mich so sehen, wie ich auch wirklich bin. und ich bin kein rechter Protze im Sinne von einem Hitler-Groß-Menschen oder rechte Musik-Hörer oder Macher und so weiter. Und was mich ganz fasziniert hat, ist, es ist von der Mitte bis ins illegale, ganz, ganz rechte Feld eigentlich keine Unterbrechung drinnen, weil unter dem Wort rechts alles umgesiedelt ist. Und deswegen war für mich ein großer Wunsch, dass man nicht in der Sprache der Schubladen redet, sondern in der Sprache des Lebens, der Aussagen, der Positionierung in seine, in seinen Handeln und nicht einfach allem den Stempel drückt. Weil es halt ist das Schnellste und für mich aber auch das Dümmste und vor allem das Feigeste und vor allen Dingen auch ist mit das, was die schlimmsten Konsequenzen hervorruft. Und das sind sämtliche Bereiche. Das betrifft wirklich nicht Limee, das gibt viele Dinge, wo es so ist. Philipp, wir haben ja extrem viele junge Zulöser. Wenn jetzt jemand droht, oder vielleicht auch der beste Kollege droht, in so ein Metier anzurutschen, wie kann mir so jemand helfen? Ich spreche aus meiner Vergangenheit und ich möchte das auch nochmal in meinem Modal darauf hinweisen, dass das für mich ein großes Thema in meinem Buch drinnen ist. Ich kann eine Sache sagen, wir waren mit in der Bamba-Jagg und Springerstiefel von Jugendheimen, wir waren bei Matura-Bälle, wir waren in gewissen Pubs oder Diskotheken, wo wir uns gern mit anderen Leuten getroffen hätten, wo wir gern in Sound, es licht, die Bewegung, in Geruch, praktisch den ganzen Spirit of Party gern geliebt hätten und man ins Klipp und klar gesagt hat, nein, es kommt nicht hin. Daraufhin ist eine Art Frustration da. Die gibt man nicht zu. Man gibt sie wirklich nicht zu, weil man natürlich nicht unter seinen ganzen Freunden das Weichei sein will, was sagt, das ist jetzt wirklich schade, dass man da nicht innen kommt und irgendwie, das ist ja ganz egal, wir haben ja ins, heißt es. und die ganzen anderen drinnen, die können uns, entschuldige das Wort, aber so war das, die können uns einfach mal anschlecken. Das war die Aussage und was passiert? Die ganze Gruppe steht draußen, hat dann Zorn auf die vermeintlich, auf die vermeintlich alle, was sie nicht weil dabei haben. Ob das jetzt der Wirt alleine war oder eine gewisse Security oder Jugendarbeiter oder irgendwer, hat für die Gruppe eigentlich keinen, keinen Unterschied. Sie sagt, da drinnen wäre ich gerne unter den Leuten, da hätte ich de facto gekannt auch mit anderen Leuten in Kontakt gekommen und deswegen wird der ganze Kern sich fast noch mehr zusammenschwarzen und sich noch mehr abgrenzen. Dass der Mensch aussteigt, ist so unwahrscheinlich wie er, weiß ich gar nicht, weil er einfach sagt, wie so soll ich aussteigen aus dem Kern der Einzige, was mich toleriert, was mich gerne hat, wo ich mich wohl fühle, wo man noch lacht, wo man nicht die ganze Zeit hört, was du vertrottelt bist, weil es herrscht ja daheim, es herrscht vielleicht auch bei der Arbeit von den Arbeitskollegen. Du denkst, das ist dein sicherer Hoffen und wieso soll den Hoffen, soll ich den sicheren Hoffen verlassen, wegen Leid, die mir permanent mit Ablehnung und mit Antipathie oder mit Missachtung oder letzten Endes vielleicht auch mit einer Art Blickwelt, egal was, begegnen, wo ich einfach sage, das ist nicht ein Netz, wo ich gerne landen würde. Und in meinem Fall waren es tatsächlich allen Leute, die gesagt haben, jetzt tue ich die Tiere auch, da drin sind ein paar Bungs, da sind ein paar Gabaskins, da sind ganz normale Leute, da dürfen sie hinzukommen. Ob es etwas dagegen, ob es Lust, mit den Tischen zu spielen, spielen wir Calcetta oder hocken wir uns aus und trinken mal ein gemeinsamer Bier, will das mal reden. Und was extrem gewesen ist, die Vorurteile, die gegenseitigen, die seien langsam gebröckelt. Dann war also so ein scheinbar nie zu aufzubrechenden Felsklotz, seien Fünfe geworden und irgendwann war es Sand und dann war es Sediment. Und bald Sediment gewesen ist und man gemerkt hat, da sind Leute Gedenken anders wie. Die Gespräche waren interessant, da habe ich mir jetzt auf gut Deutsch etwas mitgenommen. Ich habe meinen Blickwinkel auch getauft sagen, ohne gleich ein Traum zu kriegen. Umgekehrt genauso. Dann hat man gemerkt, ups, da ist eine Welt da draußen, die fühlt sich mindestens genauso gut an. Und so ist es bei mir gewesen, so ist es bei sehr vielen Leuten, die mir Zuschriften machen, die sagen, sehr ähnliche Vita wie du. Und bei mir war das auch so. Und ich merke, dass das eine große Aufgabe ist, wohlgemerkt, auch in der Heinting-Gesellschaft und da bin ich auch dabei, da geht es auch nicht um die politische Ausrichtung an sich. Es gibt in viele Bereiche, ob das, sage ich jetzt mal, jugendliche Gruppen sind, die gern Autos zusammenschlagen, die, egal was, Schulen unter Wasser setzen, wie es in Südtirol passiert ist. Und dann war in der Geometerschule wirklich eine Art Schielersport. Nachmittag mit dem Bus nach der Schule oder mit dem Zug mit Rucksäcken in Spur-Gasen fahren und die ganzen Leben zusammenstehlen, was auf gut Deutsch sagt, irgendwie beim Brennerhaum zu führen war. Und da gibt es viele, viele solche Dinge. Und das Gespräch, die Offenheit und das Gefühl, wenn du die, wenn du es willst, wir sind für die da. Und das fangen jetzt von mir in der Heinting-Gesellschaft. Also, dass viel zu wenig integriert wird. Die Chance, zurückzukehren, soll nach gutem Leben klingen und auch noch Freiheit. Und ich möchte auch eine Sache sagen, einen Prozess zu sorgen, ich bin von der ganz, ganz rechten Szene beispielsweise in die Mitte gegangen, ohne dass verlangt wäre, dass ich komplett in die Left-Wing- radikale Szene zu gehen. Die Chance muss da sein und die Wahrscheinlichkeit, muss ich sagen, von ganz vielen Leuten, die aus meinem Umfeld kommen und ich war der Erste in Brixen, der ausgestiegen ist und das ist auch effektiv im Buch niedergeschrieben, es hat einfach ein paar Wochen oder einen Monat gedauert und war kein Einziger mehr in der Szene, dass die trotzdem noch heute, weil wir so aufgewachsen sind, am Herzens so Freude finden, die, was teilweise noch ihre Partyschützen sind, dass sie hergehen und sagen, ich lebe auch mit meinen Kindern eine gewisse Religiosität, wir gehen in Kirchen, egal was, dass man einfach hergeht und sagt, das relativ in der deutschen Weltanschauung sehr konservative ist ihnen geblieben, aber deswegen haben sie trotzdem keine Affinität zu einem ganz Rechtsaußenflügel mehr, aber deswegen haben sie einen nicht noch ganz ganz links, das heißt irgendwo, nochmal, um das abzukürzen, kein Mensch wird seinen Gedanken ändern, wenn er das Gefühl hat, dass man noch mehr auf die Löffel kriegt, das ist meine Meinung und das betrifft wohlgemerkt auch viele sehr von oben herabschreibende Medien in Bezug auf gewisse Menschen, was egal was wählen, wenn der ein Millimeter das Gefühl hat, das trifft auf mich nicht zu, dann wird es heißen, irgendwer zu sagen, was ich tue und das wäre gefährlich. Das ist eine Reibung, absolut. Philipp, wir haben ja, beziehungsweise du hast jetzt ein bisschen schon angesprochen, die Mitte und wenn man so ein bisschen das ganze Politik Sprektrum von der Welt anschaut, dann ist ganz viel Spaltung da. Jetzt sind wir hier in Südtirol das erste Mal, eine Parteienlandschaft, wie sie noch nie war, es sind extrem viele Lichten. Wenn man ein bisschen nach Deutschland blickt, wenn man nach Thüringen zum Beispiel schaut, dann hat die AfD, eine rechtsgesinnten Partei, über 30 Prozent in die Prognosen, in Südtirol schwappet das nicht wirklich über, dass es ziemlich starke Rechtswähler gibt. Wir nehmen schon, wo das war, wir wissen, wir wissen Philipp Burger eingestellt zur Südtiroler Politik und wir nehmen das auch jetzt in Landtagswahlen hin. Ich kann jetzt nicht von mir selber reden, ich kann hören, ich kann sagen, was ich von anderen Leuten höre. Es gibt in meiner Meinung nach deswegen so viele Parteien, weil insbesondere die Corona-Zeit bei sehr viele Leute ganz tiefe Wunden hinterlassen hat. Mir persönlich sage ich jetzt so, ich halte, was ich wähle für mich, aber ich gehe wählen, weil ich es einfach wichtig finde. Ich kann eine Sache sagen, dass ich nicht derjenige bin, der sich parteipolitisch engagiert und das hat einen Grund. Ich bin ein gebranntes Kind, was das betrifft. Es steht da ein Buch drinnen und ich glaube, das betrifft jede einzelne Partei, das betrifft jede einzelne Firma, das betrifft jeden einzelnen Verein, egal wo. Es gibt überall solche und solche Leute. Das ist schon so. Ich bin eigentlich nicht ein großer Fan von den Parteien System, muss ich sagen. Freiden, wenn ich personenmässig wählen kann und zwar auch quer durch jede Partei durch, weil es gibt wirklich kaum einen Inhalt, wenn man sieht, ich tue es nicht, ich habe keine Zeit dafür und das ist mir nicht so wichtig, ich lese mir nicht die ganzen Parteiprogramme durch, aber zum Beispiel in Brixens Politik gibt es für mich die gewissen Leid, wo ich einfach gerne meine Stimme angib, weil wir einfach einen ganzen Frieden haben zwischen allen Parteien und weil etwas weitergeht und ich das Gefühl habe, das sind alle happy und jetzt schauen wir was jetzt noch passiert, aber grundsätzlich noch einmal, ich bin nicht eine politische Aktivist , erstens hätte ich keine Zeit und zweitens noch einmal gebrannt das Kind und das ist eigentlich der Grund dafür, dass es in Italien ein anderes Verhalten auf die vermeintlich auf das parteiliche Gegenüber gibt, ist mir in Italien sehr oft aufgefallen, ich kenne das einfach schon, ich bin im Jahr 96 Zimmerer gewohnt und bin relativ frier auf Montage gewesen und wir haben von Sizilien bis Sommermarkt bis Rennen, wenn man es Italien betrifft, in viele Dörfer und Städten gespielt und wir haben oft einmal für die gleichen Baufirmen montiert, wir sind in 4 gekommen und das macht mich neidisch auf die Italiener, ich weiß ja, was der einen Jahr davor noch gesagt hat, danach hat er genau das Gegenteil gewählt und da waren Leute, da sind 8 Leute am Estisch geguckt, haben mit Händen und Füßen über Politik geredet, das Interessante war, die sind dann nach 13 raus gegangen, haben zusammen einen Kaffee getrunken und an die Nahrung gestoßen, das ist in Deutschland undenkbar, das ist wirklich undenkbar in Deutschland, was sein muss, man einfach so straight geht es dann, oder man ist so dämmers überzeugt, dass die eigene Meinung richtig ist, dass derjenige mit der anderen Meinung so ein Problem zu haben scheint, dass ihm der Lust auf Kaffee und auf den Genauso vergangen ist. Das ist in Italien anders. Das gefällt mir in Italien besser, dass die politische Diskussion nicht zur Situation führt, dass man sagt, auch mit dir rede ich gar nicht mehr. Also da muss ich sagen, hat sich das allem ein bisschen anders gefühlt. Mir gefällt auch Politiker, weil aktuell ist es ja so, dass extrem viel über Sachthemen geredet wird, was ja wichtig sind, was ändern man, was machen wir, was machen wir, was machen wir, aber in denen, dass sich niemand mehr richtig getraut, sich zu positionieren, fallen mir oft Politiker, wo ich noch richtig sagen kann, der steht zu den Werten. Wie nimmst du das wahr? Ich nehme das auch so wahr und deswegen wird es auch so sein, dass ich denke, dass gewisse Parteien wie durch ein Wunder unfassbar viele Stimmen kriegen werden und gewisse Parteien sich wahrscheinlich umschauen und wahrscheinlich, wie du es richtig sagst, zu gewissen Themen viel klarer machen, viel klarer werden und ich denke, dass das auch gut ist. Man darf eine Sache nicht überschätzen. Was bei dem wohl rauskommt, ist in vier Jahren vielleicht schon total wieder anders. Dadurch, dass die Menschen sehr, sehr viel politischer seien als früher und seien sie de facto, weil die einfach das Gefühl haben, dass über Social Media und so weiter einfach viel mehr Input kommt, wo die Leute sich anreiben. Die Diskussion startet viel schneller. Ja, glaube ich, und das ist sehr, was sehr schlecht ist grundsätzlich. Aber grundsätzlich ist es mir aufgefallen, dass die Leute, insbesondere jetzt in den Tagen, sehr, sehr viel über politische Sachen reden. Ich glaube, dass sie sich gar nicht so bewusst sind, dass das wirklich hochpolitische Themen sind, worüber sie reden. Und das wird man jetzt bei der Wohlsegen. Für mich ist das sehr spannend, was da rauskommt. Und es ist immer ein Lernprozess. Und ich denke, dass es sogar die Politiker, die noch reinkommen, werden sehr, sehr viel draus machen. Und dann freue ich mich auf die Wohl, hoffe, dass viele, viele Leute wählen. Und dass die Leute, was sie sich verdient haben, auch nicht mehr reinkommen. Und so entscheidet der Wähler. Der Wähler hat allem Recht bis zuletzt. Bis zuletzt ist das so. Wenn es gerade hergeht, dann hat der Wähler zum Schluss Recht. Erstens einmal, ob es nachrichtig oder falsch ist, aber so ist es in so demokratische Ordnung. Philipp, du bist Familienvater, Unternehmer, Landwirt, extrem sportbegeistert und viel in der Natur unterwegs. Was erwartet so jemand wie du von der Politik noch? Was sind Punkte, wo du sagen musst, da müssen wir gleich umpacken? Und glaubst du, wir sind ready for the Challenge? Die Welt hat jetzt ganz große Herausforderungen, die kommen werden. Ist da Südtirol ready? Ist Südtirol von gutem Weg? Ich sage einmal, es ist ein Unterschied, ob jetzt Landespolitik oder Gemeindepolitik kann ich auch. Wenn ich auf Brixen Gemeindepolitik gehe, dann sage ich, sind wir super angestellt, weil wir einfach eine gute Stadt regieren. Und das rede ich nicht von anderen Parteien, sondern ich rede einfach, dass das ganze Sammels Surium einen guten Job gemacht hat. In Sachen Zukunft der Welt ist schwierig zu sagen, welchen Einfluss das Südtirol hat, weil wir einfach zu klein sind. Aber macht einen Umfang. Ich als Landwirt bin einfach der Meinung, dass das wichtigste Thema in Sachen Umweltschutz, und das ist ein Thema, was im Endeffekt ganz, ganz krass in den Medien ist. Ich bin nicht derjenige, was sich da so gut auskennt, weil es gibt auch hundert verschiedene Thesen, Erderwärmung, ja, nein, hat es schon gegeben, wenn, war das, bla bla bla. Da möchte ich gar nichts sagen, aber ich sage gleich für mich von Hausverstand her, und das hat nichts damit zu zitieren, was effektiv dann Bestand hat oder nicht, gibt es eine Sache, die einfach nicht umgesprochen wird. Und das ist für mich sehr schlimm und das betrifft auch Südtirol. Ich bin der Meinung, dass zwei Sachen extrem schlecht laufen. Das betrifft bei Südtirol und Italien. Der erste Art von Nationalismus wir Stotten machen, indem wir Facharbeiter aus armen Ländern unwerben, auf gut Deutsch sagt, in der Aussage, Hauptsache mir geht es gut, was ich sendet, interessiert mich nicht. Hauptsache unsere Firmen haben gute Leute. Das möchte ich mal einfach zum Überdenken geben, das habe ich ein Buch geschrieben. Ich sehe die massive Werbung, teilweise auch öffentlich finanziert, wo aus Ländern dessen oder deren ausgebildete Fachleute fast vom Kindergarten, der Grundschule, der Oberschule, teilweise von der Universität, der Allgemeinheit finanziert geworden sein. Dann haben sie ihren Abschluss und dann ziehen sie ein reiches Land, wo ich das Gefühl habe, für denjenigen Menschen, der wird auch Geld heimschicken, ist das eine wunderschöne Sache, vielleicht auch für die Firma, für das Land selber. Das ist etwas, was ich denke, da muss man nachdenken, was wir als Zentraleuropäischen reiche Stoten eigentlich inbilden. Das Gleiche betrifft auch Altenpfleger. Ich kann nie hergehen und sagen, wir brauchen bei mir meine Oma und die ganzen anderen Omas und Opas sind wichtiger als für andere große Städte, wo man dann viel weniger verdient. Hauptsache ist, kommt zu Inns bei mir wichtiger sein. Das finde ich ein interessantes Thema. Ich weiß nicht, ob ich richtig liege und das hat auch nicht damit zitieren, ob ich per se mag jeden Menschen. Das will ich so sagen. Aber ich finde, das ist ein Nachschlagverhalten für ihn. Das ist eine Sache. Der zweite Punkt, wo überhaupt nie darüber geredet ist, ist die Art der Unterstützung der heimischen Landwirtschaft durch eine 365 Tage, 24 Stunden, fast sieben Tage die Woche im Supermarkt als verferne Länder. Wir exportieren sie hin, so eine freien Handel und die betreiben ihn auch. Deswegen ich möchte nicht mit meinem Zeigefinger sagen, ich habe meine Apple Geräte und wir lassen auch in die Fanboxen in China herstellen gelassen, weil sie nicht zahlen gewesen waren. Aber wenn es um Lebensmittel geht, dann muss ich sagen, wenn wir die heimische Landwirtschaft ein bisschen mehr zahlen und die Selle unterstützen und auf die Vielfalt in da gab es viel mehr Gerechtigkeit, was die Landwirtschaft betrifft und es gab auch viel weniger 300 Meter lange vollgestopfte Schiffe mit egal was, die in Kältekontainern über die Ozeane der Welt hin und her gereist sind. Das sind Sachen, die habe ich noch nie gehört von Politiker. Dass man die zwei Themen richtig unredet und richtig umgeht. Das finde ich schade. Und Sie in dem Bereich in Landwirtschaft extrem schade finde, dass man eigentlich hergeht und wenn wir über Milch zum Beispiel reden, was ja zur Zeit im deutschen Alpenraum extrem gefühlt ist. Jeder hat ein Mega Auto daheim. Da stellt sich ein Hit auf, hat super alles, was man braucht. Ich dachte, das nicht jeder hat ein Super Hit heute. Ja, okay, schein. Aber das geht den meisten Leuten gut, aber ich muss auch eine Sache sagen. Aber für die Milch statt 1,30 mal 1,70 zahlen machen, 2,00 zahlen machen und noch 10 sind da, weil man braucht nicht so viel. Aber es hat am Ende vielleicht besser umgekommen. die Wertschätzung der Landwirtschaft hat grundsätzlich auch ein bisschen mit nicht vorhandenen Informationen bei den Jugendlichen, bei den Kindern zitieren. Da war es wirklich leider auch durch Nachlässigung in Sachen Ausbildung egal was da ist, wo einfach jeder für selbstverständlich sieht und wie lange das dauert. Von der Düngung, von der Saat, über die Düngung, der Bodenbestellung, letzten Endes, von der Heuernte, Einlogerung, Trocknung, Egal was und natürlich die Leistung von Viech selber, mit jeden Tag in der Frühjahr aufstehen, Milchtank putzen, Egal was, hinnige Maschinen, wenn man das alles sägt, man hört heute bei den Bauern, der ist schon mit den Förderungen. Ich würde jeden einmal sagen, probiere es einmal. Und dann sage ich, dass 95% sagen, man würde den Scheiß selber, weil es einfach effektiv ein Knochenjob ist. Und dass heute eine Flasche Mineralwasser teilweise weniger kostet als ein Liter Milch, das ist Wahnsinn. Und dass es diesbezüglich, da sind wir wieder bei der Wertschätzung, mehr Wertschätzung braucht und natürlich auch mehr Information und weniger Kapitalverurteilung oder schnelle Verurteilungen, ich denke, das würde auch in Frieden im Land gut und viele wissen auch wirklich nicht, was wir sind Südtirol ausschauen würden, wenn wir Landwirte die ganzen Almen zuerwachsen lassen und so weiter und so fort. Ich verstehe gewisse Formen der Kritik, aber ich verstehe eine Sache, dass ich von der Landwirtschaft ein bisschen mehr verstehe, als wir denjenigen, die nachher gegen die Landwirtschaft schreien. Das ist halt glaube ich zu behaupten. Und ich weiß 5 Prozent, wenn überhaupt, weil die Landwirtschaft natürlich das größte Trichterfirme Gedenken der Welt hat, wo es einfach immer so geht, je mehr ich weiß, umso mehr weiß ich noch nicht. Das ist die Landwirtschaft einfach, kann man wirklich sagen, das größte Feld, was es auf der Welt gibt, zwischen Düngerlehrer, Bodenkunde, zuletzt kannst du sagen, ist noch Ernährungswissenschaften und Medizin. Das ist einfach ein wahnsinniges Feld. Und deswegen sage ich, ich verstehe auch nicht, was Gott weiß alles, aber ich glaube, viel mehr als wie der, was in allem drauf schimpfen über die Bauern und so weiter. Du Philipp, ich sehe, es wird langsam finster, wir haben viel geredet. Wir haben sehr viel geredet. Ich kann dir noch ewig zuhören. Ich kann dir so wenig wie möglich in den geschossen von einem Podcast. Das wäre voll cool. Super gerne zugelassen. Zehn Tage gehen wir wählen. Und nächsten Dienstag kaufen wir zuhören ein Buch. Ja, Januar am 12. Oktober auf Nacht um 8. im Forum meine Buchvorlesung, was die Adesa präsentiert, wo ich, wie gesagt, mit den zwei Co-Autoren, letzten eines auch mit Leid von Verlag und so weiter das Buch erstmalig präsentieren will. Es wird einen kurzen Film geben, es wird ein paar Lieder geben, ich bin unfassbar aufgeregt, ich weiß nicht, was mich erwartet. Und dann geht es eigentlich schon nach Deutschland, in gewisse Städte, wo ich eben die Chance wahrnehme, mein Buch in andere Leute zugänglich zu machen und dann schauen wir, was es bewirkt. Ich bin für alles offen, was mit dem Buch geschieht. Mein Gefühl ist das Wichtigste, die haben es probiert und die haben mein Leben so ehrlich wie möglich angeschrieben. Ich habe wirklich in keiner Zeile irgendjemanden verletzt, ihren Wert draufgelegt, dass es eine Biografie über mich ist und nicht eine Abrechnung, eine frustrierte, Bockige mit der Welt, die mich auch teilweise enttäuscht hat. Über Depressionen, Schlafstörungen bis zu die schiensten Momente von meinem Leben, die Geburt von meinen Kindern, eigentlich alles drinnen, über Fehler, über Lehren, über alles geschrieben. Wer interessiert, mich als Freiden und bis dahin Dankeschön für die Einladung zu den netten Podcasts. Ja, danke, Philipp, danke. Und danke, dass wir da bei Tillzlhof sein dürfen. Mega Location. Kein Problem. Kein Problem. Moin Einladung. Party Rain 気 Tree Matter Hammer Way